Am 14. Juni beginnt die UEFA Euro 2024 in Deutschland. 24 Mannschaften spielen um den Titel des Fußball-Europameisters der Männer und alle 51 Spiele werden live ausgestrahlt. Die Telekom sorgt dafür, dass die Live-Bilder reibungslos übertragen werden. In zehn Stadien in ganz Deutschland wird gespielt. Das International Broadcast Center IBC, also das Sendezentrum, steht in Leipzig. Hierhin gehen die TV-Bilder aus den Stadien, ehe sie nach Europa und in die Welt weiter verteilt werden. Die Kamerabilder vom Spielfeldrand werden zunächst an Übertragungswagen gleich neben dem Stadion geschickt. Von dort gehen sie per Glasfaser in einen Technikraum im Stadion und weiter ins Sendezentrum. Alle zehn Stadien sind jeweils parallel über zwei voneinander getrennte Glasfaserleitungen angebunden. Jede dieser Standleitungen ist 200 Gigabit stark, damit Bild und Ton der EM-Spiele live und störungsfrei bei den Fans zu Hause und unterwegs ankommen. Im Sendezentrum in Leipzig laufen die Bilder ein, ebenfalls über getrennte Glasfaserleitungen. Von dort gehen sie per Internet und Satellit zu den übertragenen Mediengesellschaften und anschließend zu den Fußballfans in aller Welt.